Hallo Leute, wir sind die First American Bar. Heute zeigen wir euch, wie eine Pinocollada gemacht wird. Viel Spaß noch. Die Zuppert. Kaffeeobers. Ananassaft. Ananastücke. Kokossirup. Meierschrump. Bacardi Blanca. Batida de Coco. Das Equipment dazu. Einen Shaker. Einen Jigger. Einen Eiswürfelzange. Eiswürfel. Und ein Bechergras. Die Zubereitung. Wir fügen zwei Zellen Meierschrump ein. Drei Zellen Bacardi Blanca. Zwei Zellen Batida de Coco. Drei Zellen Coconut Cream. Zwei Zellen Kaffeeobers. Zirka zehn Zellen Ananassaft. Auffütteln. Wir fügen da das Eis dazu. Schließen den Shaker und schütteln die Kräfte. wieder mal. Wir fügen das Eis in das Becherglas hinein. Wir sieben die Flüssigkeit in das Glas hinein. Dazu öffnen wir die Shaker und den Rest vom Schaum fügen wir auch zu. Dazu ein Strohhalm, ein Ananasstück und fertig ist die Pinacolade. Hallo, ich bin der Soki, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr wissen wollt, wie die Pinacolade schmeckt, dann kommt uns einfach besuchen. Links zum Equipment, welchen wir im Video verwendet haben, findet ihr in der Videobeschreibung. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr einen Kommentar schreibt und unseren Kanal abonniert. Bis zum nächsten Video und viel Spaß noch. Vielleicht mögt ihr einen Strobel da Kiri, Mojito oder Cosmopolitan, dann schaut euch unsere Videos an.